Du hörst Hoffnungsbildschiff mit Walter Niefeld. In der Apostelgeschichte 4. Verstehen. Dann raubt die Leute, die sollen abstehen und sich nicht anstellen. In der Leben, die stand ab. Die können sich nicht anstellen. Focken fehlt uns der Glaube. Geh uns Leute sein, steh ab im Namen Jesu. Du wirst geheilt. Weißt du, wie es so klingt, glaube ich? Wir leben nicht an diesem grünen Gott. Wir leben an einem kleinen Gott. Einen Gott, der uns ein Affen zu helfen würde. Wenn wir sehr schaufen, sehr mit helfen, dann würde er uns Fleisch am Himmel nennen. Das ist eine falsche Leier. Der Bibel sagt uns das anders. Der Bibel sagt, er ist ein grüter Gott. Und er freut sich, wenn wir uns erleben. Und er dreht Dieren, Wunder. Er heilt Dieren, kranke Menschen. Er hält uns in unsere Naut. Und unser Seil, wenn wir verwundet sind, dann dreht er uns mit seinem Heiligen Geist. Und wenn wir schuld aufgeladen haben, dann dreht er uns unsere schuld vergeben. Er ist ein Gott, der uns lebt. Mit so einer grüter Leib, dass er uns viel Wunder zu tunen in unserem Leben, aber wir dürfen auch in seinem Namen für andere beden, und dadurch hat er dann auch Wunder. Gott, du bester Gott, die Wunder daat. Und im Namen Jezus kommen, wir danken dir für das Wunder vom Leben, für das Wunder vom Eivin Leben, dass wir in dir haben, Jesus Christus. Wir danken dir, dass du krank heilet bist. Ich bedanke dir für die Kranke, die das Heere, dass sie geheilt wurden, dass du deine heilende Hand auf jeden Kranken leist, dann heilet bist. Und alle Krankheiten bei dir, wie im Namen Jezus, go wasch. Und wir weiten, dass wir in dir, Jesus Christus, Heilung in Eivin Leben haben. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde, al Mundo de Oe. Töp, wie im Namen Jezus, gerade schriebe, bei Paraguay und der Welt. Kontakt uns in ja info-arroba-jesus-responde.com